so halli hallo liebe leute bei einem neuen let's adventure minecraft wir sind auf der t3c map mit dem chris und dem chris und dem chris und dem chris und chris und mir ja hallo sage ich mal und dass wir uns besser auseinanderhalten könnte ich bin von der stimme der christian also die werden mich als christian anregen normalerweise werde ich auch chris genannt aber jetzt im let's play bin ich der chris ja na gut ich meine ich heiße auch chris aber mein name ist richtig so wir spielen auf peaceful und auf der t3c map created by tetrix 1993 from singapur es gibt diese version hier in deutsch in chinesisch in englisch und in vielen weiteren sprachen das sehen wir auch schon hier natürlich werde ich das ganze nicht nehmen da ich in englisch gut genug bin um euch das ganze auf deutsch zu ersetzen so die offizielle map download webseite gibt es ja wir sollten sie von dort runter geladen werden blieb blu da steht hier falsches zeug und vieles mehr und die links hier stehen die version updates die brauchen wir natürlich nicht und die regeln spiel auf peaceful zerstöre nichts keine blöcke und keine bildings auf jeden fall wir dürfen sheets verwenden um die zeit zu ändern und das wetter some stages challenges also manche haben jetzt spezielle regeln und da ist ein user rausgeflogen das macht uns natürlich nichts sein computer hält die hält minecraft nicht so gern aus aber schaut uns einfach nach eben manche challenges haben eigene regeln und wir sollen die challenges nicht überspringen und game mode sollte eben auf survival oder adventure sein da steht noch mal was wir haben wie viel challenges und so weiter da steht welche mods noch erlaubt sind aber das nicht zu wichtig challenges and stages are two different terms used so also ja quasi es gibt jetzt mehrere verschiedene regeln wir könnten hier jetzt die bücher nehmen da haben wir ja quasi das steht jetzt drin das guidebook welche was ist aber ja da haben wir noch eine karte damit wir sehen wie die map ausschaut die brauchen wir nicht hier können wir alle unsere sachen eingeben so kommst du mal nach gut also gehen wir einfach mal hier her und schauen hier bekommst du all dein gewand so ziehen wir uns mal ab so klack so du kannst die challenge in any order also wir dürfen sie spielen in welcher reihenfolge wir wollen und wir sollten vielleicht achten darauf welche difficulty wir spielen you may skip challenges and move to the next also wir dürfen sie überspringen und so weiter so hier steht green ist easy challenges 1 bis 22 yellow orange blablabla egal wir gehen einfach mal rein that's all for instruction have fun also wir sind jetzt im ersten raum wo wir es just for fun machen und gehen einfach mal hier in die testkammer und jumpen da fröhlich durch das erste hindurch ohne dass wir runterfallen so schön im zweiten müssen wir schon sprint jams machen die sind natürlich auch kein problem für uns weil wir ja geübte minecraftler sind so was haben wir hier sprinting tipps when sprinting make sure you do not lean against objects sprich wir sollen aufpassen dass wir nicht gegen die sachen springen denn dann stoppen wir und du sie den match hat ja genau wollte ich gerade sagen wollte ich gerade sagen so ich bin nur hier schnell vorbeigejumpt und hab schon wieder gemacht ich gehe mal schnell abholen hey seid ihr noch bei der aufnahme ja sind wir noch und du bist einfach rausge... ja ich hole dich hier also ich mache jetzt mal ich fange nur mal mit auf ja ich auch ist mir gerade ein bisschen zu glücklich geworden ja das tut mir leid man hier egal ich würde sagen wir gehen mal zum spawnen zurück das wäre irgendwie besser nein ich mache ich lasse die aufnahme also mich stört es nicht also du kannst... ah ich habe gar nicht gesehen weißt was ich war ich gehe nochmal zum spawnen und dann mache ich nochmal von vorne ich komme dir nach, kannst ja bleiben ok dann geht es halt weiter so ich kann dieses tutorial glaube ich eh in ein paar sekunden durchhüpfen also ich kann es dann nochmal machen mich stört das nicht ja mein pc ist kochen heiß geworden ey ja du deswegen habe ich mir ja die drei zusatzlüfte gekauft na gut mein laptop das hat auch schon ein bisschen hetzehitzentwicklung aber das macht es... so egal ähm so f11 für den vollbildmodus ach ich schaue jetzt nicht dass ich das hier noch jemand irgendwer rausgeschmitten wird ja du bei ihm kann das immer passieren ja das Problem ist also beim zweiten mal denke ich hat er gesagt ja wenn es jetzt nochmal passieren sollte dann ist es halt blöd weil ich... ja äh moment ich gebe euch mal ein bisschen... warte mal ich weiß nicht ob moderatoren leute verschieben können weil dann könnte ich jetzt euch beiden mal mod geben wenn dann jemand nämlich weil ich habe jetzt mein kräft im vollbild ja ich komme da schlecht raus weil bei mir wenn ich jetzt rausgehe ist die Aufnahme kurz unterbrochen das ist das Problem ja das kenne ich das kenne ich die Aufnahme-Probleme kennt wirklich glaube ich jeder also bitte das zu toll solltet ihr locker schaffen das sind teilweise nur Leatherjumps ja das schaffe ich also ich muss jetzt mal seit mal gerade leise ich will jetzt mal ein bisschen das Intro sagen ich meine ihr hört es nicht weil ich push-to-talk nutze aber egal so Stand-on-Gold-Block dann push-to-talk hm okay ahm die Command-Blocks gehen nicht sprich die müssten wir erst aktivieren kannst du die noch aktivieren wo sind die? ich komme euch jetzt einfach mal nach ähm ja egal spielen wir halt mal ohne Command-Blocks ich hab das jetzt schon komplett fertig sprich ich bin ja Command-Blocks selbst wenn die hier wären dann geht's nicht ja doch die sind hier aber die sind jetzt nicht aktiviert die sind hier in der Konflikt sind die aus ja so da bist du wir müssen quasi dann den ganzen Weg zurück nachdem wir es geschafft haben und ja in die erste Challenge quasi gehen und die haben wir jetzt erledigt ja kommt ihr noch ja ich bin ja schon fertig ich bin jetzt hier irgendwo irgendwo ich habe ja schon fertig sprich ich bin schon ich bin meins jetzt auch durchgelaufen so wopkommens ah aha twerk koordinat ach cool der hat die die Koordinaten für uns extra geschrieben weil wir ja quasi die Command-Blocks nicht anhaben sonst könnten wir das Ganze ja nicht spielen aber da vorne an dem Schild steht ich soll mich da irgendwie ja nur wenn die Command-Blocks nicht an sind wie soll ich es dann gehen sprich wir könnten jetzt so bin jetzt auch da ja sprich ihr kommt jetzt noch mal alle zurück und wir machen nochmal von vorne schnell das erste Level einfach ich habe mich jetzt eingejumpt also dein weibischer Skin hat echt was na gut den habe ich nicht ich habe den Auftrag gegeben bei meinem Kumpel der macht Skins so jetzt kann ich auch noch mal grad hier im Netz player wählen wer ist das erste zurück wer ist das erste zurück ich schaff das ich bin der schnellste also ich bin immer gerne der letzte Back to the Roots ich will erster sein ich will erster sein nein runtergefallen runtergefallen nein haben die Band gerade nein nein also ich überholt ich habe gewonnen ha 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 high five virtuelles so gut ja also ich weiß jetzt nicht wo die sprich wir müssten jetzt quasi hierher und zone a hier drücken ich na blöd wir können warte ich teleportiere euch einfach hin äh without tp äh wir können auch tp äh Leute wenn ihr op habt könnt ihr auch tp posten nutzen gell ja ja das habe ich nämlich mit essentials ist was drin so tp 0 64 14 spieler nicht gefunden tp x mark 0 64 14 so ich habe mich jetzt her gepostet du bist weg ja weil ich mich hierher teleportiert habe zu challenge 1 tp hier ein keks klauer so ja der keks klauer bist du jetzt hier ich habe einfach wo wir nicht nett sind ne ja jetzt seid ihr richtig jetzt seid ihr richtig ja genau ja hier ist challenge 1 difficulty ganz leicht ähm ja wurde halt gebaut irgendwann mal es gibt's denke ich mal keine zusatzregeln also let's go wow und 10 stages gibt's ja ich aktiviere mal den checkpoints und schaffen wir das nicht okay also ist es der server wo leckt oder ist das jetzt bei mir mein ja das muss mein kraft sein weil der server hier stehe gerade ich habe hier auf dem rechten monitor die konsole offen warte alles don't win against the wall if you're sprinting und ähm ja wir haben eine cpu auslastung von 5% ja toll toll ja toll toll ich komm da nicht mehr raus ich komm da nicht mehr raus so ich komm da nicht mehr raus ja ich komm langsam langsam aber ich nehme ich darum genau das wenn das passiert dann du kommst nicht raus ohne die kommande ist sprich gleich hierher genau nach der runde sind wir mal die erst ist die erste folge mal aus und dann können wir das gemeinsam machen ja einfach herkommen jetzt und nach der runde aktivieren und wir einfach die commanden los ja weil dann ist mal die erste aufnahme folge vorbei dann ist es egal so also die sieht aber ganz nett aus die map ich weiß die ist auch ich habe mich schon mal angestellt mit einem anderen aber bei so einem dumm leistens t3c hold Nein wow T3c ist richtig ssssssss... geil könnte man sagen so wah ich bin schneller so also ich kämpfe mit dem Jordan mit ein paar Lacks durch aber es klappt irgendwie schon Ja sind meine fps jetzt auf 30 von der getriebe ja ich bin jetzt auf 100 irgendwas das reicht gerade so wenn ich mit 90 aufnehmen will so mein pc läuft gerade auf hochtouren der h ok soll ich mal auf euch hier auch im position ja auch nicht zu erraten ist komisch für mich gerade nein 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 ich dachte jetzt schon ich werde verlieren wrong way auch falsche richtung war das können holen ja ich habe nicht es jetzt nicht einmal bestimmt also ich glaube ihr seid mir schon weit voraus oder Prozent auch kann man sagen ich komme mit dieser Leiter in der Mitte der Tore nein fast ich habe dich fast getroffen warte ich wollte dich noch schlagen jetzt müsste ich jetzt wieder mein mod haben dann könnte man wieder durch die spiele ansichten zappen ach das ist ja unwichtig gerade beim let's play ist es eigentlich finde ich gut so ich bin hier also ich bin noch bei stage 5 was ist ja bis in stage 8 ich habe es geschafft okay dann bist du jetzt 6 quasi ja okay wir machen mit mit hier alles klar wenn wir dich jetzt aber wieder überholen dann ja pech ja dann ist wirklich pech okay so jetzt jetzt sind wir schon wieder bei dem wo wart ihr stage 8 ja ich bin jetzt schon wieder stage 8 also auch weil die mich verarschen eben in einem zug durch und jetzt wo bleibt sich bin schon sehr also ich bin jetzt schon bei dir also ich bin ja jetzt hier nein ich bin bissel vor dir bisschen bisschen nur wenn ihr euch beeilt dann können wir die stage noch schaffen und ich kann dann ja die ersten 15 minuten haben wir nämlich gleich aufgenommen es wäre dann heißt wenn wir das so jetzt alles noch in einem part unterkriegen würden ja ich wusste ich nein aber ich glaube nicht dass das ich gleich wieder zu achten ja komm wieder die achte ist auch scheiße das sind ganz leichte doppelsprünge eigentlich schon jetzt kommt wieder dieser dumme leiter woho stage 8 ist echt wo ich hab's geschafft ja und ich hab mir jetzt mal einen fly mode aktiviert gesetzt wegen wenn ich manchmal darunter ja ja ich habe gemeint da ist eine wand hinten dran und da ist wirklich gar nichts hinten jetzt muss ich nochmal alles von vorne fuck also die ganze stage nur also chris bist du jetzt schon bei ihm bei der stage 8 ich bin bei der stage 8 jetzt ja wer das habe ich halt gesehen dass du mich überholt hast ja lalalalalalalala leute ich muss ich jetzt multiverse oder äh worldguard installieren damit man hier pvp mit dem kombat bestellen kann nein nein das gehört doch zum spielspaß dazu ich glaub slash kill also könnt ihr mich schon mal bitte tp'n ich will die eigentlich gar nicht versuchen eigentlich diese stage also wirklich großartig warum weil es mit lex einfach wirklich unschaffbar ist mein pc der wenn du verstehst die ledersprünge wände gefallen da kommen noch hardcore sprünge wo du über zwei blockfelder drüber springen muss eine leitung gott ich bin jetzt gerade das ist so richtig geil wo du so sprint ist und dann hinüber hüpfen muss weil okay aber ich glaube wir machen kurz bei der stage 9 eine kleine aufnahmepause und dann machen wir das mit den command blocks um wenn du es so vorerst machen wir das so das wäre gut weil dann die erste folge ist schon recht lang jetzt der hat es auch geschafft ja und ich bin mal wieder hier der loser wuhu ich zeig dir das ganz leicht gibt es hier man hier und da brauchst du mir nicht zu zeigen dann da habe ich den dreh schon hier auf okay dann da dann hier ums eck da noch mal ums eck hier ums eck dann hier oben rauf dann darüber und dann da runter okay den jump hast du ja schon gemacht ja gleich hast es geschafft wenn ich jetzt ab ich nutze es vielleicht aber muss eben schon genutzer aber egal also youtube ich habe sich benutzen einzig nur so aus ich habe kein flyer nein okay gut dann sehen wir uns einfach bei der nächsten folge und noch viel spaß leute